Ich bekomme die letzte Zeit öfter so Nachrichten von Leuten aus Indien oder aus arabischen Ländern. Sie schicken mir immer so Bilder oder irgendwelche Sprachmemos. Hört euch mal diese Sprachmemo an, bitte, bitte, bitte. Ey, ey, guck mal. Du kleiner Hurensohn, du kleiner Nuttensohn, ich schwöre es dir auf Gott. Bist du einmal frech zu mir, fick ich deine Mutter. Hast du das verstanden? Guck mal, und guck mal, wie ich geantwortet habe. Halt deine Fresse, ich kann zu deiner Mutter so dumm kommen, du Blödfön. Man trifft sich im Leben immer zweimal, für Jesus nicht. Wie geil, ich schwöre sie.